Moin zusammen und willkommen zurück zu Super Mario Galaxy und Mario pennt schon wieder! Im letzten Part haben wir uns um ein paar Sternenzeile gekümmert für den Gommeluma und was wir da vorgemacht haben, weiß ich nicht mehr. Irgendwas Stumpfsinniges! So, du möchtest gern Sterneteil haben? Zumindest war genau 1600 Stück, wenn ich das richtig im Kopf habe. Die haben wir gerade mal so per Hand. Dann verfüttern wir ihn einfach mal so ein bisschen, ne? Und gleich explodiert er wieder. Weil er so fett geworden ist und knallrot! Jetzt ist er richtig fett. Ich finde die Musik auch gut. Das klingt wie so ein Newsticker. Hey, jetzt! Passiert heute Morgen früh ist ein Guma explodiert und hat eine neue Galaxie gebrochen. Ja, genau so steht das dann in den Zag. Ich bin so schlagfertig! Tada! Warte mal, schau mal, was das für eine Galaxie ist. Schweb! Jetzt habe ich nur noch elf Sterneteile. Schneekapselgalaxie. Die Herausforderung der Schneehasen. Nein! Not the Häschen! Not the Häschen! Die haben wieder nur Scheiße im Kopf. Ich sehe es jetzt schon. Da ist eine Kiste. Da ist eine Kiste. Ich möchte gerne, dass die Kiste aufgeht. Dazu nehme ich mir einfach mal den Panther hier. Und... Wow! Geil! Ich habe sie direkt drüber weggeschmissen. Oh, das ist explodiert. Das ist wahrscheinlich auf die unsichtbare Wand gefallen. Gefallen ist genau das richtige Wort. Lass uns fangen spielen! Kannst du euch innerhalb des Zettel mit alle fangen? Warum? 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 Wozu sind die Dinger da? Warum? Wo sind die eigentlich? Ich mag die Häschen nicht. Jetzt echt. Es ist schön, wie ich mich erst mal mit Sachen beschäftige, die nichts mit den Hasen zu tun haben. Wie sie Kiste aufhaben. Hallo? Kiste? Ich bin wirklich. Wo sind die Häschen? Wer alter Häschen? Wo sind die Häschen? Okay. Okay. Hase, Nummer 1. Ich hasse die Hasen. Warum, es ist ja sein. Ich hab eh gleich keine Zeit mehr. Okay. Uh. Da ist ein Hase, Nummer 2. Oh, die kann man schon hier reinbauen. Okay. Alles klar. Glas regt dich auf. Ich mag die Hasen nicht. Ich mag's die nicht. I don't like the Häschen. Okay, einer ist in der Kiste, einer ist im Schneemann. Ich muss ganz schnell die Teile drücken. Damit ich, ähm, die Dinge jetzt krieg. Okay. Okay. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Und hier oben? Nein? Wo ist der? Wo ist der? Ich hab nicht ewig Zeit. So. Hier ist die Nummer 1. Okay. Krieg ich die mit der Feuillumme auf? Nein. Komm, 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 komm. Er kommt. So. Hier sind wir nochmal 2. So. Wo ist das dritte Häschen? Wo war ja auch noch ne Kiste, ne? Oder? War ja noch ne Kiste? Ich hab keine Ahnung. Äh. Wir haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit. Oh, da ist er. Siehchen. 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 Yes. So. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Tada. Es ist es. Ich hasse euch. Ja, verlorin. Gebt ihr mit dem Stern. Gebt her den Stern. Dann will ich euch nie wiedersehen. Ich hasse euch. Alle drei. Ich hasse euch. Ich bin hier weg. Warum? Warum? So. Ein Gott ist da. 101 Stern. Ich hab sie komplett. Wunderschön. Und nein. Was willst du? Ich hab wieder ein paar Leben. Ja, gib her. Gib her. Ja, gib her. Gib mir deinen Staff los. Gib mir her. Los, los. Ich brauche keinen Trink. Es regnet nicht so viel. Gib einfach her. Ja, Tudi. So. So. Dann haben wir ja so weit. Glaub ich alles fertig hier. Gucken wir mal die Liste. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ja. Die ganzen kleinen Galaxien hier sind auch gut aus. Äh, ja. Gut, dann haben wir... Foto. Ich kann Fotos machen. Ich kann Fotos machen. Okay. Wir könnten jetzt zu Bowser hinfliegen. Obwohl ich sage, nee. Nö. Wir gehen jetzt zu den Prüfungen hin. Weil die Sterne, die haben wir noch vor uns. Auf geht's. So. Wenn ich jetzt auf die Röhre gehe, gehe ich wieder runter, ne? Alles klar. Gut. Wollte ich nur eben wissen. Und mach mal hoch. Ich wollte nur noch mal mit dem grünen Sternriegel rufen. Gut. Dann würde ich mal sagen, wir machen das Blaue zuerst, weil ich ahne, was das Blaue ist. Willst du reisen? Reise ich hell und schürfen. Ja, genau deswegen will ich das zuerst machen. Verstand. Also dann. Machen wir in diesem Part einfach alles, was katastrophal schlimm ist. Wie man ein Surfer wird. Ja, das erklären wir mal. Das sieht lustig aus, ne? Total. Es ist der absolute Spaß. Es war richtig gute Laune. Hier kann man surfen. Hallo. Du bist. Willst du den Rochen reiten? Dieser Kurs ist aber ziemlich schwierig. Willst du es trotzdem versuchen? Nee. Eigentlich nicht. In Ordnung. Du hast aber maximal drei Minuten. Der Trick ist, die Ruhe zu bewahren und nicht den Kopf zu verlieren. So, klar. Das erzählst du mir. Ich hasse dieses Gewobbel. Ich hasse dieses Gewobbel. Aber man wird erst mal von mir ins Leben zugeschmissen. Das ist mir auch gut. Ah, hier oben. Oh. 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 Schon mal erzählt, dass ich Surfen nicht mag? Was meint ihr, warum ich das erst mache? Ich muss aber ganz ehrlich sagen, das Schreck ist einfacher, als das Testsurfen. Ohne Scheiß. Das Testsurfen ist schlimm, meine Erinnerung. Warte, warte, erst mal wieder. So. Wo muss ich lang? Da lang? Ich weiß jetzt nicht, ob das zählt. Wo bin ich überhaupt? Ich war hier wieder runtergefallen. Kniep. Nochmal. Nochmal. Hey. Ich war sch Buff. Okay. Voll zur Konzentration. Und sie bringt mir doch nichts. Die Kurve ist gemein. 3, 2, 1, let it rip! Ja, ich hab's heute gefehlt. Ich nicht unge. So. Mario, krieg dich wieder ein. Das ist alles normal. Mario, was tust du? So. I can fly! Oh Gott, ist dieser Weg sehr schmal. What the fuck? Sehr schmaler Weg das ist. Du dich mehr konzentrieren müssen, du Tun. 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 Du dich mehr konzentrieren, 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 du Tun. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020